yo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video auf dem kanal im martin doch ja undertale part 3 falls es legen sollte dann entschuldigt das bitte mein pc macht gerade absolut gar nichts mehr zu richtig was ist das für ein fried das beginnt ja gut ja part 3 hier okay ich wurde nicht gehittet wir gehen mal oben lang oh eine angel ein froh Tor? call me here is my number und not decide to call lol hier ist ein Tor ach so lol ach so lol ups mir ist gerade gar nicht aufgefallen dass ich dass ich die ganze zeit den mauszeiger hier drauf hatte im ich sie ich bin du die die ich hatte mir es ich du du es ich es das oh mein gott ist es ein mensch, ach wirklich, ich hätte nicht gedacht dass ich ein mensch bin ich folg den mal what the fuck oh peer interessant the fuck isn´t das the fuck yo, yo, what the fuck was war denn das, alter das ist ein der 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 Danke, mein Bratel. Bratel, genau, Alter. GG. GG für das Deutsch. Das Deutsch hat echt ein GG verdient. Hey, warum bist du denn so traurig? Ah, kann ich ein Eis kaufen? Ich möchte gerne ein Eis kaufen. You've got an Eis cream. Geil. Hä? Ich komme hier nicht mal weiter. Hä? War ich gerade ernsthaft so dumm? Schnee. LOL. Ping-Pong. Hello, my brother. Bratel. How about five... Ja, klar. Ciao. Hui. Oh, ein Mini-Sneeball. Geil. Den kann ich nicht mal bewegen. Ich gehe mal hier runter. Ich kann nicht mal hier runter. Was ist denn das? Dann gehe ich mal hier lang. Wo auch immer ich... Ach, ihr schon wieder? Ach, wirklich? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr da wieder rauskommt. Monster Kids Word Search. Was soll ich das jetzt machen? Ach so, ich soll das machen, oder was? LOL. Nö, kein Interesse. Spaghetti! Ne Mikrowelle. In der Landschaft. Wo ist denn hier ne Steckdose, Mann? Human, please enjoy this Spaghetti! LOL. Okay. Äh, ja, dankeschön. Ich mag keine Spaghetti. Also jetzt nicht. Schmeckt nicht. Unbelastet. Ui, warte mal. Da ist... Da ist irgendwas. Mercy. Escaped. Ciao. Hm, warte mal. Kleinen Moment. Momentchen. Da ist ein Kreuz. Da ist ein scheiß Kreuz. Aber warum? Hä? Was ist das? What the fuck? What is this piece of shit? LOL. Hm? LOL. Ich muss irgendwas lösen. Hä? Okay. Kommt man hier außenrum dann? Okay. Zeit für ein neues Puzzle, wa? Was steht denn hier oben dran? Erstmal... Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kämpfe ich jetzt gegen die, wa? Ganz bestimmt. Okay, ich muss. Fuck. Ach, scheiß drauf. Ich mache einfach einmal. Und dann gehe ich. Oh, joi. Alter, übertreib. Übertreib. Das wäre schon echt krank gewesen, wäre ich jetzt, äh, ohne Schaden davon gekommen. Okay. So. Dock marriage. Was? There's camera... Camera hidden inside the tree... In this tree. In der... In dem Baum ist eine versteckte Kamera. Okay. Und hier? Kann man nichts anklicken. Warte mal. Soll das hier? Soll das hier unten? Also was hier... Wo ich gerade drüber bin? Also wo ich hier gerade drauf laufe? Ist das vielleicht die Minimap von... Team hier? Ja, das könnte doch hinkommen. Und da wahrscheinlich... Da, wo das rote Kreuz ist, ist dann wahrscheinlich die Kamera versteckt. Oder? Nee. Oder? Warte mal. Ich gehe einfach mal jeden Baum durch. What? Aber das ist auf jeden Fall ein rotes Kreuz. Oh, fuck. Sorry. Das klang gerade behindert. Okay. What? Okay. Das ist heftig. Weil ich bin der schlechteste in solchen Puzzles, alter. Der schlechteste, den es gibt, alter. Aber das ist schon die Minimap. Weil hier oben... Genau, hier oben kommt man hin. Dann kann man hier geradeaus durchgehen. Und das hier ist das Kreuz wahrscheinlich. Ah, warte. There is a switch. Hidden in the snow. Oh. The switch is stuck now. Ach du Scheiße. Wie hier, oder was? Also hier drunter irgendwo, oder was? Oder... Hä? Das ist jetzt... Oh nein. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen, alter. Fick dich. Ich habe keinen Bock jetzt. Alter. Alter. Ich muss gerade wirklich auf die Tastatur tippen. Wie so ein wilder... Wie so ein wilder Hund. Der switch ist... Ist da... Ja, wo denn? Danke für den Tipp, dass... Der switch irgendwo feststeckt. Dankeschön. Darauf wäre ich nicht gekommen. Aber wo denn? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe... Habs ge... Scha... Lol. Was ist denn... Was ist denn jetzt los? Was war denn das? Nein. Nein, ich muss jetzt nicht gegen die kämpfen, oder? Doch, ich muss gegen die kämpfen. Yo! Übertreib. Übertreib. Alter. Hau ab. Hau ab, du Hund. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Alter. Zumindest soll der erst mal sterben. Ciao. Nein. Diese Scheiße ist schon wieder. Nein. Fuck. Shit. Okay, aber die bekommt deutlich mehr Scha... Och. Komm. Ey, verarsch doch jemand anderes. Verarsch doch bitte jemand anderes. Bitte. Komm. Bitte verreck jetzt. Ja. Oh, Gott. Junge. What the fuck? Oh, nein. Schon wieder so eine Scheiße mit solchen Kreuzen, Alter. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, Gott. Äh, ja. Ah, okay. Okay, turn every cross into an O. Okay, jedes Kreuz in ein O. Und dann soll ich den Switch drücken. Ja, das ist doch einfach, oder? Ja. Was? Really? Wowie. Ich hatte keinen Bock auf Spaghetti, Mann. Lass mich in Ruhe. Du alter Sack. Ja, wahrscheinlich. Lass mich in Ruhe, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch... Oh, wie viele aberst du? Hä? Ich kann hier nicht weiterlaufen. Hä? Oh, Gott. Ach, du Kacke, Mann. Was ist denn das hier? Nein! Ich muss neu anfangen. Fuck, warte. Wie gehe ich das am besten an? Nein! Alter, fuck. Wie gehe ich diese Scheiße am besten an? Oh, Gott. Warte, jetzt muss ich überlegen. Das war sogar ziemlich dumm. Da oben rauszugehen. Ja, das war dumm. Also, nochmal. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Nein, jetzt muss ich aber da oben durch. Alter, fuck. Alter, fuck. Alter. Scheiße. 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 Ich würde sagen, erst mal unten. Mama, hier gleich noch? So. Haben wir die unteren fünf erst mal. Jetzt muss ich überlegen. Äh. Dann mache ich das jetzt so. Ja, easy. Jetzt habe ich es. Ja gut, easy war das nicht. So lange, wie ich dafür gebraucht habe. Na gut, so lange habe ich dafür gar nicht gebraucht. Ja, wie schnell ist der Typ? Wie schnell zum, wie zum Fick ist der so schnell? Good job. Ja, oh danke. Danke, ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Nicht. Oh nein. What the fuck ist denn das jetzt? Wie viel erklärt der mir? Nö. Ha. Okay. Red title, impassive. Yellow title, electric and dangerous. Oh nein. Blaue bringen mich zu einem Kampf. Mit einem Monster oder so. Oh Gott. If you step on orange, you don't step on green. Blaue bringen mich zu einem. Wait. There are no... Was erzählt der mir? Was erzählt der mir für eine Scheiße? Der denkt sich... Dieser Gesichtsauszug unten in dem Kasten. Von dem Typ. Der denkt sich nur... Boah. Boah. Alter. Laber mich halt noch mehr zu. Ja, danke. Jetzt kann... Jetzt habe ich es verstanden. Great. Darf ich jetzt anfangen? Darf ich jetzt anfangen? Darf? Boah. LSD. Boah. Ich kann gar nichts machen? Nein. Ich muss mir das jetzt merken. Ich musste mir das merken. Hä? Oder nicht? Okay. Irgendwie musste ich gar gar nichts machen? Loll. Oh fuck. Holy shit. Another thing. Ich kann nichts like. Nein! Fuck! Was ist denn das jetzt? Und du? Du kleine Keine Ahnung Witzfigur, Alter Zuerst die hier Äh Dann machen wir die hier Dann die 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 Den, den Und dann zack Ja, jetzt Okay Gerade einfach so einen Schneehut oder so was aufgehabt So, dann geht's mal weiter Der Typ ist irgendwie überall, hab ich das Gefühl, wahr? Was's up? Nichts bei dir, lol Hä? Ach, das sind verschiedene, lol Ich dachte schon Hä? Was ist denn das? Okay, nach dem Kampf würde ich sagen Geh ich auch zurück zum Safe Okay Ich glaub das muss ich gar nicht mehr Nein! 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 Mir wurde am Anfang gesagt Wenn ich Game Over bin, werde ich dort gespawnt, wo ich zuletzt gespeichert hab Nein! Oh, nee! Warum ist die Kodierung jetzt überlastet? Das Das ist, wenn man Risky Äh, das ist Wenn man einen auf Risky macht Nein! Nein! Alter, hau ab! Hau ab, du kleine Misses! Ohhhhh both of them Nein! Ey! Da hab ich dann keinen Bock mehr, alter! Dann beende ich den Part an der Stelle Lasst ein Like da Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen Aktiviert auch die Glocke, damit ihr das Video mit als Erster seht Ich gebe mich jetzt erstmal eine Runde schämen Und ja Wir sehen uns Im nächsten Part wieder Und Ich sag erstmal fürs Erste Ciao, haut rein Wir sehen uns Ciao Ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017